Waterland ist eine Gemeinde der niederländischen Provinz Nordholland. Sie ist benannt nach der Region Waterland, die sich nördlich von Amsterdam befindet. Orte der Gemeinde Waterland In Klammern die ungefähre Einwohnerzahl Monikendam, Sitz der Gemeindeverwaltung Brückenwaterland, Ilpondam, Katwude, Marken, Grotewerf, Hafenbord, Kerkbord, Mönneswerf, Orsewerf, Wittewerf, Oferleek, UIT-Damm, Watergang, Tschede, Zuiderwut, Hetschow, Klein-Oferleek Lage und Wirtschaft Waterland liegt unmittelbar nördlich der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Die Autobahn von dort nach Pulmeerend und den Helder verläuft durch die Gemeinde. Die nächsten Bahnhöfe sind in der westlichen Nachbargemeinde Zahnstadt. Die Gemeinde wird im Osten durch das Eiselmeer begrenzt. Hauptverwerbsquelle ist der Tourismus, Marken ist sogar ein weltweit bekanntes Touristenziel. In Monikendam gibt es auch etwas Industrie, darunter eine Schiffswerft. Auch die Wiewirtschaft ist bedeutend. Geschichte Siehe auch die Artikel über Marken und Monikendam. Brückenwaterland entstand im Mittelalter als eine Siedlung im Moor. Es war im 16. Jahrhundert bereits ein Schifferdorf. Die Kirche wurde deshalb auch dem heiligen Nikolausbeschützer der Seeleute geweiht. Im 17. Jahrhundert entwickelte sich der Ort zu einem der ersten Pendlerdörfer Westeuropas. Reiche Räder und Schiffskapitäne siedelten von Amsterdam hierher um. Zwischen 1700 und etwa 1740 als eine Art Rinderpest den Wiew-Stapel ausrottete, war auch die Wiewirtschaft von großer Bedeutung. Da die Abnehmer in der Großstadt Amsterdam gute Preise bezahlten. Ausländische Besucher unter anderem aus Frankreich berichteten im 18. Jahrhundert und auch später noch von der großen Reinheit und dem großen Reichtum in Brückenwaterland. Es soll sogar einen Ausdruck in der französischen Sprache gegeben haben. Je n'ai suis pas de bruc, mit der Bedeutung, ich komme nicht aus Brückenwaterland, das heißt, ich bin nicht so reich. Trotz des Wohlstandes wurden die Häuser immer aus Holz gebaut. Dieses leichte Material bewirkte, dass die Häuser nicht in den weichen Moorboden versanken. Zu Iderwut, das seit dem 11. Jahrhundert besteht, kannte im 17. Jahrhundert ebenfalls durch Schifffahrt und Handel eine kurze Blütezeit. Katwude war bis 1991 eine selbstständige Gemeinde, die kleinste der Niederlande. Sehenswürdigkeiten, siehe auch, Marken, dort nicht genannt. Der Leuchtturm der Insel ist sehenswert, er wird bewohnt und ist nicht von innen zu besichtigen. Der Yachthafen, in Monikendamm, die ganze Innenstadt ist reich an alten Häusern aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Besucher sollten auch auf die bunten Giebelsteine über den Türen achten, die Aufschluss geben über den damaligen Bewohner oder dessen Beruf. Der Spieltoren mit Karion, das Wahrzeichen der Stadt, die Nikolai-Kirche, eine gotische Hallenkirche, um 1340 erbaut. Das städtische Museum neben dem Spieltoren die Stadtwaage erbaut, vermutlich um 1670 die früher, wie in Udwater auch als Hexenwaage gedient hat. Die vier Yachthafen, in Brück in Waterland. Der malerische Ortskern mit den vielen alten Holzhäusern. Einige sind im Sommer nach Verabredung zu besichtigen. Übrigens. Die wasserreiche Moorlandschaft ist ein wertvolles Naturgebiet. An vielen Stellen kann man ein Kanu mieten oder einen Bootsausflug unter Führung buchen, um die Natur genießen zu können. Viele unter Artenschutz stehende Vögel leben hier. Die Gausee ist eine zur Gemeinde gehörende Binnensee, wo allerhand Wassersport möglich ist. In Katwude stehen einige Bauernhöfe, wo es für Touristen möglich ist, zu beobachten, wie holländischer Käse gemacht wird. Ilpondam und Watergang, beide ganz in der Nähe von Amsterdam, sind langgestreckte, malerische Dörfer entlang eines Kanals. Auch Suida Wood, nahe Monikendam, hat ein typisch holländisches Dorfbild. Untertitelung des ZDF, 2020